Was dürfen wir? Na, ich meine, so einfach in die Lok einsteigen. Ich weiß nicht. Du, da hängt ja doch ein Waggon dran. Ist das schön. Noch schöner ist, wenn sie richtig fährt. Dann macht sie sicher noch mehr Krach als im Stehen. Was ist denn das hier für ein komisches Ding, dieser Hebel da? Nicht anfassen, Benjamin. Das ist der Fahrtregler. Fahrtregler? Was kann man denn damit? Wir fahren natürlich. Das ist wie ein Lenkrad. Nur, dass es eine Stange ist. Nee, eigentlich kein Lenkrad. Ein Gaspedal. Das ist ja toll, wie du dich auskennst, Otto. Jetzt hat sich mein Rüssel da verhakt. Wie kriege ich den denn wieder? Vorsicht! Aber wir fahren ja. Brems doch mal, Otto. We'll doof. Baik, du bist. Boas.